Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute müsst ihr ganz besonders aufpassen, denn ich habe heute Produkte, die ich euch wärmstens empfehlen kann, wenn ihr euch etwas gönnen wollt rund ums Thema Make-up von Sephora. Ich habe hier viele, viele spannende Produkte, die mich über das vergangene Jahr begleitet haben und ein paar neue und vor allen Dingen Produkte, die man sich gut und gerne zu Weihnachten wünschen kann. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, sich Produkte zu wünschen, wenn man sie selber noch nicht ausprobiert hat, aber dafür bin ich hier, Freunde. Ich teste eure Make-up-Wunschliste, damit ihr es nicht müsst und das bekommt zu Weihnachten, was ihr euch wirklich wünscht und was vor allen Dingen sehr, sehr gut ist. Ich durfte mir bei Sephora ein paar Produkte aussuchen und habe mich so ein bisschen auf All-Time-Favorites fokussiert und Produkte, die das meiste für ihr Geld wert sind, also 2-in-1-Produkte oder Geschenksets. Denn in der Weihnachtszeit gibt es natürlich immer super, super spannende Produkte, die beispielsweise 2-in-1 sind, die in Geschenksets sind oder Produkte, mit denen ihr wirklich lange Zeit eine positive Anwendung habt. Und ich möchte euch heute ein paar Zeile zeigen, die ich sehr, sehr gerne benutze. Ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und starten direkt. Also ich glaube, dass wir heute aussehen wie ein Snack. Und ich liebe es auszusehen wie ein Snack und ich weiß, dass ihr es auch tut. Deswegen habe ich hier wirklich... Die Produkte sind phänomenal. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox und schickt dieses Video gerne an euren Mann, euren Freund, eure Freundin, eure Mutter, euren Vater, euren Onkel, wen auch immer. Und diese Nachricht ist für diejenigen, die sie geschickt bekommen haben. Hallo, ich bin Maxim und die Senderin oder der Sender dieses Video möchte dir mitteilen, dass sie sich eins dieser Produkte aus diesem Video wünscht. Du findest alle Links unten in der Infobox. Also klick da gerne mal rauf und dann kommst du zu Sephora und ich habe dir die Produkte schon rausgesucht. Und da macht man nichts mit falsch. Okay, Freunde. Ja, wir starten mit einem der besten Primer, die es überhaupt gibt. Das ist der Milk Hydro Grip Primer. Ich habe ihn mir jetzt extra nochmal in der Minigröße für unterwegs geholt. Wir fahren ja Weihnachten auch weg. Dafür ist er phänomenal. Oder aber auch, wenn ihr beispielsweise den Milk Hydro Grip Primer noch nicht getestet habt. Das ist ein Primer, der auf Wasser basiert ist. Der ist sehr, sehr gelartig. Und der hinterlässt auf der Haut. Ich finde, klebrig klingt immer so negativ. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Der sorgt dafür, dass das Make-up wirklich lange, lange hält. Und das ist meiner Meinung nach einer der besten Primer, die es jemals gab bis dato. Weil er einfach viele Sachen gleichzeitig macht. Er sorgt wirklich dafür, dass das Make-up länger hält. Und er versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Und das in einem Primer ist sehr, 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 sehr gut. In der kleinen Größe habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Milk hat mittlerweile auch wirklich ganz, 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 ganz tolle Produkte. Beispielsweise das Setting Spray ist sehr, sehr gut. Aber der Primer ist wirklich ein Game-Changer gewesen. Er zieht sehr schnell ein. Und die Haut wird dadurch echt so ein bisschen sticky. Und das Make-up hält dadurch auch wesentlich länger. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen näher geholt, damit ihr alles so sehr, sehr gut erkennen könnt. Ein Produkt, was auf jeden Fall nicht fehlen darf in einer Weihnachtswunschliste. Oder generell vielleicht auch in euer Make-up-Kit. Ist meiner Meinung nach der Hollywood Flawless Filter. Ich habe ihn hier in der Farbe 4.5. Ein bisschen dunkler als sonst. Ich finde, das gibt im Winter gerade noch mal einen sehr besonderen Glow auf die Haut. Das ist so ein 3-in-1-Produkt. Du kannst es als Prior benutzen. Du kannst es als Highlighter benutzen. Einige benutzen es auch als Foundation. Ihr habt einen riesengroßen Applikator. Und damit gehe ich jetzt komplett über mein Gesicht. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Erstmal, ich mag es total gerne, wenn meine Base sehr, 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 sehr glowy ist. Das ist so mein Ding. Er hat eine ganz, 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 ganz leichte Deckkraft. Aber nicht so wie eine Foundation, sondern eher wie so ein leicht deckender Primer. Und ihr seht sofort, die Haut wird optisch perfektioniert. Da ist Glow mit drin. Also das muss man mögen. Aber das ist nicht so ein speckiger Glow, sondern ein sehr natürlicher, sehr, sehr weichzeichnender Glow. Und was der macht, das ist das, was mich daran am meisten überzeugt hat, als ich ihn das erste Mal benutzt habe. Viele von euch werden ihn mittlerweile auch schon kennen. Der ist so konzipiert, dass du dann weniger Foundation benutzen musst. Und das ist etwas, was total gut ist, wenn man nicht zu cakey aussehen möchte. Wenn man so ein bisschen von diesem Cake-Face-Make-up weg möchte, ein sehr natürliches Ergebnis haben möchte. Natürlich wird dieser Look heute nicht. Ich zeige euch wirklich viele spannende Produkte, die so ein bisschen mehr können und dieses luxuriöse Feeling haben. Und das ist auch etwas, was ich ja immer wieder sage, wenn ich über High-End-Make-up spreche. Du hast natürlich auch ein Erlebnis. Die Verpackungen sind sehr luxuriös, sehr edel. Du packst es aus, das Packaging. Es ist sehr schwer, es ist sehr hochwertig. Und du hast natürlich auch nochmal, war nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Deswegen, wenn ihr euch was zu Weihnachten wünschen könntet, was Make-up sein soll. Das sind wirklich Produkte, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Weil ich weiß, dass sie funktionieren. Und ich die schon sehr, sehr lange in Gebrauch habe. Genauso wie die Foundation, die ich benutzen möchte. Ich habe da recht wenig drüber gesprochen. Aber ich habe eine tatsächlich schon leer gemacht. Das ist die NARS Light Reflecting Foundation. Ich habe sie hier in der Farbe Patagonia M1.2. Eine sehr, sehr flüssige Foundation. Ihr seht das, sie ist so ein bisschen runny. Aber das ist eine der besten Foundations aus dem High-End-Bereich meiner Meinung nach. Weil sie sehr natürlich ist und vor allen Dingen sehr, sehr gut hält. Ich hatte ja sonst immer die Dior Forever Skin Glow Foundation benutzt. Da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass ich so ein paar Pickelchen bekommen habe. Und das kriege ich hier von nicht. Das Finish ist dasselbe. Ein sehr, sehr leichtes Tragegefühl. Sie ist wirklich lightweight. Also wenn du dieses Gefühl von Make-up auf der Haut nicht magst, aber trotzdem eine hohe Deckkraft haben möchtest. NARS Light Reflecting Foundation. Die hält mehr als den ganzen Tag. Und ich trage die Tatsache auch immer, wenn ich besondere Situationen habe. Also wenn ich auf den Dreh gehe oder wenn ich ein Fotoshooting habe oder wenn ich eine Kampagne für Produkte shoote. Dann ist das eine Foundation, weil sie sich sehr, sehr natürlich auftragen lässt. Sie fotografiert sich natürlich auch sehr, sehr schön. Und sie sitzt super, super leicht auf der Haut. Ich arbeite mir die auch gleich nochmal so ein bisschen mit dem Schwamm ein. Und dann seht ihr die Kombination aus dem Hollywood Flawless Filter und dieser NARS Light Reflecting Foundation. Das ist so eine Kombi für die Götter. Während ich die Foundation noch ein bisschen einarbeite und Concealer auftrage, zeige ich euch mal parallel so ein paar verschiedene Gift-Sets auf der Sephora-Webseite, die ich jetzt hier nicht habe. Ich verlinke euch aber alle anderen auch nochmal unten. Und ich mache euch da so einen Beitrag, dass ihr da einfach aufklicken könnt. Es gibt wirklich tolle Gift-Sets. Es gibt natürlich auch immer Produktkombinationen der beliebtesten Produkte oder Minigrößen oder besondere Verpackungen, die das ganze Erlebnis auch nochmal besonders machen. Und das ist eine große Empfehlung, gerade zu Weihnachten, weil man da wirklich auch nochmal eine Menge Geld sparen kann, wenn man diese Geschenk-Sets kauft. Während der Concealer einmal aufgetragen ist, machen wir auch weiter. Und ihr werdet feststellen, dass wir heute viele Creme-Produkte mit drin haben. Weil ich finde, dass es mittlerweile eine ganz, ganz besondere Qualität in Creme-Produkten gibt. Und ich mache auch direkt weiter mit dem ersten. Und das ist Contouring. Und das ist die perfekte Contouring-Farbe. Das ist der Fenty Beauty Match Stick in der Farbe Ember Sweat. Der ist extrem kühl, extrem pigmentiert. Und dadurch brauchst du wirklich nicht viel. Okay, also ich gebe mir einen Punkt hier hin und einen Punkt hier hin. Und das ist völlig ausreichend. Und dann nehme ich mir so einen kleinen Pinsel und arbeite mir das Ganze direkt schon mal hier hin, um eine schöne Konto zu haben. Der ist sehr, sehr kühl, aber nicht so grau. Das ist immer ganz schwierig, einen perfekten Contouring-Ton zu finden. Und ich finde Rihanna und die Themen haben das echt gut hinbekommen. Ich mag die Match Sticks generell. Ich habe die in vielen, vielen Farben. Ich habe ihn in Peach. Ich habe ihn hier nochmal in Rose Quartz. Damit kann man hier auch nochmal so ein bisschen aufhellen. Also die Match Sticks sind extrem gut, extrem hochwertig und sehr, sehr langanhaltend. Die schimmernden habe ich tatsache noch nicht probiert. Aber da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrung damit gemacht habt. Und wir machen auch direkt weiter mit einem Bronzer. Und da war ich schon so lange scharf, dass ich ihn mir wieder nachkaufe. Aber das ist der Chanel Le Beige Bronzer. Ich weiß, dass Schickimicki den total feiern, dass viele, viele Leute ihn sehr, sehr gerne mögen. Und das ist jetzt hier nochmal eine neue Version. Ich hatte ihn vor einigen Jahren schon. Das ist so ein All-Time-Favorite-Produkt. Also das gibt es schon ewig und das ist wirklich, wirklich gut. Wenn ihr einen Cream-Bronzer sucht, den ihr auch ohne Foundation benutzen könnt. Ich habe ja im Moment so ein Faible dafür, dass ich es total gerne mag, einfach Self-Tan drauf zu machen. Selbstbräuner, ein bisschen Concealer. Und dann im Alltag Concealer und nur einen Cream-Bronzer zu benutzen und keine Foundation zu nehmen. Das ist ein sehr, sehr weiches Produkt. Sehr, sehr pigmentiert. Und das hält euch ewig. Ich arbeite mir das einfach direkt hier mit rein. Und ich habe ihn auch heute in der Farbe 390 genommen. Der ist sehr, sehr zart. Also nicht zu intensiv, sodass man Probleme hat, den auszublenden. Aber du kannst ihn halt super, super schön in die Haut einarbeiten. Und der hinterlässt so einen ganz zarten Anbräuner. Ich mag den auch total gerne als All-Over-Produkt. Im Sommer vor allen Dingen. Wenn ich keine Foundation trage und dann eh so ein bisschen mehr getarnt bin, dann ist das ein tolles Produkt. Den hätte ich auch gerne in der Formulierung nochmal als Foundation. Bis dahin nutzen wir aber den. Falls das eure Hautfarbe ist, probiert den unbedingt als Foundation aus. Jetzt seht ihr auch diese Kombination aus diesen ganzen Creme-Produkten, wie weich diese Haut aussieht. Nicht zu intensiv, nicht zu schwer. Trotzdem eine schöne hohe Deckkraft und sehr erwachsen. Wisst ihr, könnt ihr mir folgen? Das ist immer so ein bisschen tricky. Ich glaube, eine der beliebtesten Marken 2022 war Rare Beauty. Und Selena Gomez hat damit wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Was ich auch am Anfang gar nicht gedacht hätte. Also das ist immer so ein bisschen, wenn Celebrities mit Make-up rauskommen. Dann ist es entweder richtig gut, so wie Fenty und Rare Beauty. Und dann gibt es auch ein paar Marken, die so ein bisschen lieblos wirken. Rare Beauty hat eine tolle Qualität. Eine sehr, sehr inklusive Farbreihe. Eine sehr tolle Foundation, Concealer. Es gibt wenig Produkte von Rare Beauty, die mir persönlich nicht gefallen. Ein Produkt, was aber am beliebtesten ist und auch, ich glaube, das viralste Produkt 2022 war, sind die Blushes. Ich habe ihn hier in der Farbe Bliss. Das ist eine Farbe, die perfekt dann auch gleich zu den anderen Produkten passt. Ihr habt einen Applikator, der so ein bisschen aussieht wie ein Elefantenfuß. Ihr braucht die kleinste Menge, wirklich die kleinste Menge. Ja, das reicht. Das ist ein ganz, 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 ganz zarter Ton, der nicht zu übertrieben aussieht. Und ich habe ihn auch extra in der helleren Farbe genommen. Eins, zwei. Habe ich ein bisschen zu viel genommen. Und das ist ein so... Der erinnert mich ein bisschen an die Charlotte Tilbury Pillow Talk Reihe. Da habe ich gleich noch ein ganz, ganz spannendes Produkt für. Also bleibt unbedingt dran. Und der ist so weich. Seht ihr? Das war schon viel zu viel. So weich. Und der wird euch Ewigkeiten halten. Ihr könnt ihn auch so ein bisschen um die Augen machen. Das sieht dann immer ganz besonders schön aus, wenn das alles so harmonisch ist. Der lässt sich gut einblenden. Der hält wirklich den ganzen Tag. Also es ist einer der besten Liquid Blushes, die ich jemals getestet habe. Die von Rare Beauty. Weil sie so zart sind. Und die sind nicht glowy. Also das ist kein glitzeriger, schimmernder Blush. Sondern er wird schon so ein bisschen matt, würde ich jetzt fast sagen. Und ihr müsst ihn nicht mal fixieren. Werden wir trotzdem gleich tun, weil ich habe noch eine phänomenale Palette für euch. Und jetzt seht ihr, wie perfekt die Base aussieht. Und das Ganze müssen wir fixieren. Und ich danke euch. Ihr hattet mir das vor 2-3 Monaten geschickt, dass es es endlich wieder vorrätig gibt. Und ich habe 5 Stück davon gekauft. Es tut mir leid, Sephar. Aber ich musste das tun. Denn es ist das einzige lose Puder, was ich benutze mittlerweile. Kein Puder bisher an dieses Puder herangekommen. Das ist das Huda Beauty Easy Bake. Das gibt es auch in verschiedenen Farben. Die für mich beste Farbe ist aber Cherry Blossom Cake. Das ist ein pinkes Puder. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und das Spannende daran ist, du brauchst erstmal nicht viel. Und durch diesen pinken Touch wird der untere Augenbereich so wahnsinnig gut aufgehellt. Ihr kennt ja meine Augenringe mittlerweile. Das ist krass. Und ich zeige es euch. Ich nehme meinen Microfiber Multi-Tree Mini, gehe hier rein, presse das hier hin und dann hier hoch. Und ihr seht sofort, wie hell der untere Augenbereich ist. Ihr müsst nicht baken. Ihr könnt damit baken. Ihr habt es hier jetzt gesehen. Ich bin einfach nur hier so ein bisschen lang gegangen und habe alles auf die Haut gepresst. Und das ist extrem weich gezeichnet. Und das hält. Also wenn ihr nicht so wie ich hier fünf YouTube-Videos am Tag dreht und immer wieder dieses Puder benutzt, dann hält euch das Ewigkeiten. Ich habe mit einem Puder ungefähr drei Monate ungefähr. Vielleicht auch vier. Aber ich schminke mich halt auch viermal am Tag. Mit dem Rest gehe ich hier gleich so ein bisschen über mein Gesicht und fixiere alles andere, dass das nicht ganz so glowy ist. Und jetzt seht ihr auch diese Kombination mit diesem Puder. Das ist so ein... Es gibt kein besseres Puder als das Huda Beauty Easy-Bake. Und ich finde, dass sie sogar die Formulierung geändert haben, weil es nicht mehr so intensiv riecht. I love it. Die Base ist wunderschön. Sehr edel. Jetzt ist sie mattiert. Wir fixieren das Ganze auch gleich nochmal. Ich habe aber noch was anderes. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Nude Gersen Face Palette. Die habe ich ja jetzt auch schon über ein Jahr. So sieht sie auch aus. Aber es ist immer noch viel drin. Es gab jetzt was Neues und das fand ich fast noch schöner. Wir haben hier die Beautifying Face Palette Pillow Talk. Ihr habt zwei Blushes und zwei Highlighter mit drin. Und hinten ist auch eine Anwendung mit drauf, die ich echt spannend finde. Du sollst wirklich 1, 2, 3, 4 miteinander kombinieren. Kann man, muss man aber nicht. Was Charlotte Tilbury wirklich sehr, sehr, sehr gut kann, sind dieses Lichteinfangen. Und am Ende des Tages geht es bei Make-Up wirklich immer nur um Licht und Schatten. Und Charlotte Tilbury holt euch das ganze Licht ins Gesicht. Ich starte tatsache auch mit dieser Farbe hier und mische gleich so ein bisschen. Ja kommt, ich mische gleich beide Farben und arbeite mir das Ganze hier mit ein. Ich will jetzt nicht mehr zu viel benutzen, weil ich tatsache ja schon ein bisschen Blush drauf habe. Aber wenn ich den Highlighter Ton hier noch mit rein mische. Ihr habt so eine. Da, seht das. Schaut mal. Auf der Nase. Einen besonderen Glow-Effekt, den ich auch gleich hier mit der Farbe. Oh, das könnte sogar ein Dupe sein zu dem Amrisi-Highlighter. Den gebe ich mir hier komplett einmal rüber. Und das ist Charlotte Tilbury Super Glow. Ich hatte ja meine Masterclass mit ihr. Und wie sie schafft, Produkte herzustellen und sie dann auch aufzutragen. Diesen Super, Super Model Glow. Das ist, das ist eine, also ich würde fast sagen beide, weil ihr hier auch nochmal ein bisschen Bronzer und Kontur mit drin habt. Aber das ist halt für meine Blushmäuse, ne. Und der hat auch hier der, der Rare Beauty Blush ist auch hier perfekt passend dazu. Und wenn wir dann noch gleich das andere Set benutzen, Freunde. Wir machen weiter mit einem ganz, ganz tollen Geschenkset, was ich euch wirklich ans Herz legen kann. Und das ist das Pillow Talk on the Go Set. Da habt ihr vier Produkte mit drin. Ihr habt ein Eyes to Mesmerize Produkt. Das ist ein Creme Lidschatten, einen Eyeliner, einen Lip Liner und einen Lippenstift in der Farbe Pillow Talk. Und ich hole es euch mal raus. Erstmal Packaging, super süß. Brauchst du gar nicht verpacken. Der Pillow Talk Eyeliner ist so ein bisschen dunkler und sieht wunderschön auf der Wasserlinie aus. Du kannst den auch sehr, sehr gut als Lidschatten beige schon benutzen. Pillow Talk Lip Liner, den kennt ihr. Das ist halt perfekt für unterwegs auch. Das ist der Lip Cheat Reshape in der Farbe Pillow Talk. Ist sogar made in Germany. Auch ein sehr, sehr schöner Ton. Und der passt dann jetzt auch wieder perfekt zu dieser Blush Palette und diesem Rare Beauty Blush. Also ich sage das so, so oft zu euch. Ich trage ihn gleich auf. Ich sage das so, so oft, dass ich es liebe, wenn man die Produkte kombiniert, farblich zusammenpassend. Und das sieht dann, am Anfang denkst du dir so, hm, ist das wirklich nötig? Aber wenn du dann denkst, jemand guckt dich an und der sieht, dass das unterbewusst sieht, dass das alles cohesive zusammenpasst. Der Blush hat die ähnliche Farbe wie die Lippen und die Augen. Das ist alles in diesem, in dem Fall so ein alt Rosé. Ich trage auch den Lippenstift gleich noch mit auf. Das sieht einfach sehr, sehr, sehr hochwertig und edel aus. Was ich ganz spannend fand, sind diese Ice to Mesmerize. Die kannte ich auch so noch nicht. Aber ihr habt auch hier die Farbe Pillow Talk. Und das ist ein etwas dunklerer Ton. Ich trage ihn hier mal auf. Der hat so einen leichten Glow mit drin. Da oben könnt ihr ihn sehen. Und der als Lidschattengrundierung benutzen wir jetzt auch. Dafür gehe ich einfach mit einem Pinsel so ein bisschen rein, arbeite mir das Ganze auch erstmal in der Hand ein. Und stempele mir das Ganze schon mal hier in meine Lidfalter. Charlotte Tilbury ist vom Make-up her immer sehr reduziert. Nicht zu doll. Fokus eher auf die Base. Und die Augen sind eher so ein bisschen leichter und erwachsener. Und dafür ist das schon super, super gut. Den kannte ich tatsache jetzt nicht. Er lässt sich aber sehr, sehr gut ausblenden. Und hat halt so einen leichten Glow. Und auch hier farblich wieder perfekt. Und jetzt hier diese Face Palette, diesen Schimmerton mit drauf. Wäre schon krass. Ich will aber noch weitermachen. Ich will euch noch eine Lidschattenpalette zeigen. Die ist vielmehr echt ein bisschen schwer. Die Lidschattenpalette auszusuchen von Natascha Denona. Weil ich weiß, viele von euch wollen Natascha Denona testen. Aber wollen eine Palette haben, mit denen sie sehr, sehr viele Sachen machen können. Und ich habe mich jetzt hier für die Zendo Palette entschieden. Die hat 15 Farben drin. Und zwar nicht nur warme und neutrale Töne. Sondern auch vor allem hier so ein bisschen was Kühleres. Dass ihr eine große Anzahl an verschiedenen Tönen habt. Und ich gehe jetzt auch gleich mit demselben Pinsel hier nochmal in die Farbe Relief rein. Sehr, sehr pigmentiert. Und stempel das hier ganz leicht mit rein. Und sette damit so ein bisschen den Lidschatten von Charlotte Tilbury. Und mache das Ganze wieder heller. Und dann ist das auch wieder farblich. Und passend zu dem Blush. Ich habe dazu eine komplette Review gemacht. Also wenn euch die interessiert, ich verlinke sie euch einmal mit unten. Ich will jetzt hier aber noch in die Farbe Tranquil gehen. Natascha Denona Stimmatöne sind phänomenal. Und den setze ich mir hier einfach auf mein bewegliches Lid. Und das ist heute ein sehr romantischer, sehr reduzierter Look. Aber alles farblich angepasst. Ich mache auch direkt weiter mit dem Eyeliner. Den gebe ich mir auch direkt in die Wasserlinie. Und blende ihn dann so ein bisschen wingartig nach außen. Als Mascara nehme ich die Huda Beauty Legit Lashes Mascara. Aus dem Grund, dass ihr auch wieder 2 in 1 habt. Also ich habe das neulich schon mal gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch einzeln benutzen. Also ihr startet die ersten 3-4 Monate mit der einen Seite. Und nehmt dann 3-4 Monate später die andere Seite. So könnt ihr die Nutzungsdauer des Produktes nochmal verlängern. Und ich finde, dass das eine sehr spannende Formulierung ist, die extrem ist. Also das ist sehr, sehr langanhaltend. Und sie macht so einen Fake Lashes Effekt. Also ihr seht sofort den Unterschied. Hier so ein bisschen traurig. Und wenn man das außen nur so ein bisschen aufträgt. Das ist eine Schicht jetzt übrigens. Habt ihr schon mal einen ganz, ganz anderen Lifting Effekt. Und das ist mein X-Mas perfekte Weihnachtsgeschenke Look. Super erwachsen. Sehr, sehr zart. Mit den Trendprodukten auch. Und vor allen Dingen den Produkten, die man sich mit gutem Gewissen und Herzen wünschen kann zu Weihnachten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Produkte ihr euch von diesen Produkten zu Weihnachten wünscht. Schaut unbedingt in der Infobox vorbei und checkt das da vorne aus. Da gibt es aktuell auch noch viele, viele spannende Weihnachtssets. Viele Produktempfehlungen. Ich packe euch meine auch unten nochmal mit rein. Und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf.